Was geht Leute? Ich spiel's euch an. Ahhhh, das geht nicht. Und ja, ich bin grad aufgerisset, weil ich hab jetzt mein drittes Bio-Spiel. Und das heißt... Donkey Kong Country Triple Freeze. Ich freu mich schon sowas, das von... und zu spielen, ja, Donkey Kong. Ich freu mich so, das kleine Bild sieht auch schon geil aus. Ich mache es erstmal auf und dann zeige ich es euch von allen Seiten. Aha, das ist versiegel. Eigentlich habe ich schon ein Video-Spiel. Meine Videos kriegen jetzt halt hier ein paar Stauben. Aber ich mache es ja auch schon sauber. Viel, also langer Staub wird... Und haue meinen Controller von der Playstation weg. Ist das geil! Hier die Rückseite. Die Donkey Kong-Insel wurde schon gefrostet. Gefrostet, keine. Hier ein paar Bilder. Mit diesen Charaktern kann man jetzt spielen. Diddy Kong. Kann man schon von... Ja... Deine Returns kann man schon... Mit Cranky und Dixie auch wieder. Ich bin nicht so ein großer Donkey Kong-Freak. Ich hatte nur Donkey Kong Country Returns. Das war mein altes Donkey Kong-Spiel. Und... Jo. Wo es kam? Null. Machen wir mal auf. Die CD. Wie sie sieht, finde ich... Jo. Sie hätten da ein bisschen Schnee rein. Irgendwie so hier so ein bisschen Eis machen können. Wäre das schon geil aus. Wäre das schon geil aus. Aber... Ja. Ein Gratis-Code. Ne. Geben. Die Anleitung... Wieder so eine Anleitung. Anleitung für... Hä? Achso. Ja. Okay. Hier die ganzen Items. Charakter. Was ist auf der Rückseite... Hier steht gar nichts von Pro-Controller, worüber man damit spielen kann. Mit dem... Naja. Ich mach's mal hier rein. So. Ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr ein Let's Play davon sehen wollt. Ich hab nämlich einen Let's Play-Kanal, den möchte ich unten verlinken. Da habe ich einen Link drin. Pack ich Rindu! Jo. Und dann war's das halt. Und... Gebt einen Daumen nach oben. Und abonnieren, wenn ihr mehr Unboxing sehen wollt von mir. Oder so. Oder halt... Ja. Wäre cool. Auf jeden Fall sag ich mal... Tschüss. Bis zum nächsten Video. Wuuu. Wuuu. Wuuu.